Also ein gutes Netzwerk ist ja ein Selbstläufer. Das ist proaktiv. Ich höre etwas und ich weiß, ich brauche es nicht, aber ich weiß, ah, der andere braucht es. Also wir bei VNG, wir brauchen gute Netzwerke. Wir gehen weg von fossilem Erdgas hin zu erneuerbaren grünen Gasen. Und diese Wende, diese Transformation, die schaffen wir ja ohne die Gründerwelt gar nicht. Es geht um Skalierbarkeit, es geht aber auch um Wirtschaftlichkeit. Und da braucht man einfach spezialisierte Lösungen und dafür brauchen wir auch die Gründer. Ich würde ganz klar mitgeben, lernt zu filtern. Wer sind die wichtigen Akteure und wer nicht? Die Startups haben ihre Sicht auf die Welt, wir als Unternehmen haben unsere Sicht auf die Welt. Und dafür brauchen wir diesen Austausch und das ist die Möglichkeit, die uns die Initiative bietet. Ohne die Digital Hub-Initiative könnten wir Innovationsvorhaben in Ostdeutschland nicht in dieser Form umsetzen. Ich bin Denise Arnold, ich arbeite für die VNG in Leipzig. Ich suche nach Lösungen für die Energiewende.